Hi, ich bin Hannah, 16. Ich lebe mit meinen Eltern und meinem Bruder auf einem Bauernhof. Das ist eine mistige Sache. Überhaupt seit diesem Sommer, in dem alles auf einmal passiert. Liebe, Wut, Angst, ein richtiger Funkensommer eben. Denn da ist Finn und er ist süß. Niemand darf etwas von uns wissen, vor allem mein Bruder nicht, sonst tickt er aus, wie so oft in letzter Zeit. Wenn der erfährt, dass ich mit dem Sohn seines Chefs, daran will ich gar nicht denken. Zum Glück habe ich Jelly, meine allerbeste Freundin. Ihr kann ich alles sagen. Oder vielleicht doch nicht? Ich meine, diese eine Sache von der Moorhexe und dem Felsen am See. Das ist schon heftig. Am liebsten würde ich einfach die Klappe halten, obwohl ich weiß, dass ich nicht schweigen darf. Denn auf einmal tut sich in diesem Funkensommer ein Loch auf und spuckt ein dunkles Geheimnis aus, mitten in unser Leben hinein. Dadurch verändert sich alles. Ob das gut geht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es klingt nach Aufbruch. Funkensommer. Das neue Jugendbuch von Michaela Holzinger. Sparsam, sensibel und sinnlich erzählt. Erscheint im Verlag Freies Geistesleben. Ab Ende Juni im Buchhandel.